Guten Morgen hier kann ich meinen Morgen nicht mehr starten hier auf Instagram. Auf jeden Fall, wir haben jetzt gefrühstückt, die Kleine ist so brav, die ist in der Wippe und ich nutze jetzt die Zeit und werde trainieren und anschließend duschen, ja darauf freue ich mich. Ich bin komplett zerstört Leute, ich habe jetzt Perfect Shape trainiert, das ist nochmal ein bisschen härter wie Get in Shape, es tat so gut, aber ich bin fix und alle, erst seht ihr das. Ich bin komplett zerstört. Das heißt, ihr spart euch heute auf euren Einkauf noch 15% Rabatt, ja und schaut auf jeden Fall auch bei den Sets vorbei, da spart ihr euch ja eh schon was und mit den 15% oben drauf noch mehr. Genau, ich füge euch hier mal den Link an, ihr müsst nur nach oben suchen. Schaut mal was mir Mia aus dem Kindergarten mitgebracht hat. Ein Herz. Ein Herz. Und was steht da drauf? Mia. Nein, Mama und Papa. Mia und Kailan. Habt ihr gehört Mia und Kailan? Nein, da steht Mama und Papa drauf. Ein Herz. Da ist ja so. Nachdem wir das YouTube Video im Kasten hatten, haben wir uns überlegt, mal wieder neues Equipment zu kaufen. Ja, bei uns die Kameras sind jetzt doch schon ein paar Jahre alt und es gibt so viele neue und dadurch, dass wir ja eigentlich sehr viel drehen, überlegen wir uns jetzt die Tage eine neue Vlogging-Camp zu holen. Ja, das ist die, mit der wir aktuell filmen, mit der Sony. Was ist das für ein Modell? Alpha, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die ist schon ein paar Jahre alt.